Der Fußball ist beliebt, der Fußball ist mächtig, der Fußball ist gralsam und sehr sehr gefährlich. Kein Sport der Welt war für mehr Abscheulichkeiten, Tragödien und Verbrechen verantwortlich wie unser geliebter Fußball. Diese von mir getätigte Aussage könnte euch eventuell verwirren, aber ich meine sie vollkommen ernst. Für dieses Video habe ich intensiv und ausgiebig recherchiert und neben ein paar lustigen und interessanten Funfacts auch wirklich krass fragwürdige und verstörende Dinge über den Fußball herausgefunden, die den Sport in ein anderes Licht rücken. In diesem Video, in diesem Format präsentiere ich euch 100 Mysterien, Geschichten und Ereignisse in Form eines Eisbergs. Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, geht es darum immer tiefer in die verschiedenen Ebenen des Themas hinabzusteigen. Je weiter man abtaucht, desto krasser werden die Enthüllungen. Denn ein Eisberg mag von einem Schiff aus betrachtet klein und harmlos wirken, doch die sichtbare Masse ist nur ein Bruchteil dessen, was die wahre Größe ausmacht. Der größte Teil des Eisbergs verbirgt sich im tiefen, dunklen Meer. Genauso ist es auch mit den Geheimnissen des Fußballs, die wir in diesem Video aufdecken werden. Ebene 1 Deutschland-Brasilien 2014 Das Fußball-WM-Halbfinale zwischen Brasilien und Deutschland am 8. Juli 2014 war die erste der beiden Halbfinalpartien der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Wie wir alle wissen, endete das Spiel mit einem 7 zu 1 für Deutschland, was das höchste Halbfinalergebnis bei einer WM aller Zeiten darstellt. Schon nach 29 Minuten führte Deutschland mit 5 zu 0 und zerstörte alle brasilianischen Hoffnungen auf einen Titelgewinn im eigenen Land. Aber waren die Brasilianer wirklich so schlecht? Tatsächlich guckt man nicht nur auf das Ergebnis, sondern auf die Zahlen und Statistiken, waren die Brasilianer und die Deutschen gleich stark. Ironischerweise hat die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft im Spiel mehr Torschüsse als die Deutschen. Auch und dann gibt es noch diesen Dude hier. Indien-WM-1950 Die Republik Indien ist ein Land, in dem über 3,2 Milliarden Menschen leben, was es zum bevölkerungsreichsten Staat der Welt macht. Trotz der Größe gab es nie wirklich einen Top-Fußball-Profi aus Indien und das Land nahm keinmal an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Die Gelegenheit dazu bot sich eigentlich 1950, als Indien sich für die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 1950 qualifizierte, jedoch letztendlich nicht teilnahm. Entgegen der Annahme, dass den indischen Fußballspielern das Barfußspiel untersagt wurde, lag die Absage nicht daran. Tatsächlich waren die Reisekosten und der logistische Aufwand zu hoch. Zu dieser Zeit genoss die FIFA-Weltmeisterschaft nicht den gleichen Stellenwert wie heute und der Fokus des internationalen Fußballs lag mehr auf den Olympischen Spielen. Choc von Maracaná Maracanazo, zu deutsch Choc von Maracaná, ist eine vor allem in Südamerika geläufige Bezeichnung für das entscheidende Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1950 zwischen Uruguay und Brasilien. Dieses historische Ereignis fand vor 200.000 Zuschauern im Maracaná-Stadion in Rio de Janeiro statt. Vor dem Spiel herrschte eine riesige Euphorie, da Brasilien erstmals Weltmeister werden könnte und dies ausgerechnet noch im eigenen Land. Die Zuversicht war so groß, dass brasilianische Zeitungen bereits im Voraus verkündeten, dass Brasilien heute Weltmeister wird und den Spielern wurden Uhren mit der Inschrift Weltmeister 1950 geschenkt. Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft stand unter immensen öffentlichem Druck, der letztendlich zu ihrem Zusammenbruch führte. Uruguay gewann das Spiel mit 2 zu 1 und sicherte sich den WM-Titel. Brasilien ging leer aus. Noch Stunden nach dem dramatischen Spiel saßen 10.000 Menschen stumm im Stadion. Als die Reinigungskräfte stunden spät die Arena betraten, entdeckten sie vier Leichen. Einer der Zuschauer starb an einem Herzinfarkt, während sich zwei weitere das Leben nahmen. The Hand of God The Hand of God, zu deutsch die Hand Gottes, wird oft ein umstrittenes Tor von Diego Armando Maradona bei der FIFA Fußball-WM 1986 in Mexiko bezeichnet. Maradona benutzte seine Hand, um den Ball ins Tor zu befördern, was vom Schiedsrichter übersehen wurde. Später nannte Maradona das Tor als die Hand Gottes. San Marino Nationalmannschaft Die sanmarinesische Fußball-Nationalmannschaft ist die Auswahl der Republik San Marino, ein Zwergstaat in Europa. Die Nationalmannschaft von San Marino ist nicht besonders gut und wird von vielen als die schlechteste aller Zeiten bezeichnet. Zuletzt gewonnen hat die Elf am 24. April 2004 1 zu 0 gegen das Fürstentum Lichtenstein. Dies war auch bisher der einzige Länderspiel-Sieg San Marinos. Seit 134 Spielen ist San Marino sieglos. Wembley Tor Das Wembley Tor bezieht sich auf ein umstrittenes Ereignis im Finale der WM 1966 zwischen England und der Bundesrepublik Deutschland. Der englische Stürmer Geoff Hurst schoss den Ball, der auf der Latte abprallte und auf die Linie aufkam. Die Schiedsrichter entschieden, dass der Ball die Torlinie überquert hatte. Heute weiß man, dass das kein Tor war. Klassischer Fußball Zwölf schwarze Fünfecke, 20 weiße Sechsecke und eine Runde Form. So stellen wir uns einen Fußball vor. Dieser ikonische klassische Fußball hieß Adidas Telstar Durlast und wurde erstmal zur Fußball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko eingeführt. Der erste offizielle WM-Ball der Geschichte. Die Form des Fußballs heißt außerdem Ico Saeda Stumpf. Moderne Sklaverei in Katar Während des Baus von acht neuen Fußballstadien für die WM 2022 wurden mehrere hunderttausende Gastarbeitern aus Ländern wie Indien, Nepal, Bangladesh, Pakistan und Sri Lanka eingesetzt. Laut Aussagen von Arbeitern gab es unmenschliche Bedingungen. Wurden selbst bei extremen Temperaturen von bis zu 50 Grad zur Arbeit gezwungen, erhielten eingeschränkten Zugang zu Trinkwasser und ihre Gehälter wurden nur unzureichend ausgezahlt. Zudem wurden ihre Pässe beschlagnahmt, was ihnen die Ausreise verwehrte. Insgesamt sollen über 6000 Menschen bei den Arbeiten an den WM-Stadien ums Leben gekommen sein. Dänemark, Europameister 1992 Die dänische Fußball-Nationalmannschaft wurde 1992 in Schweden erstmals Fußball-Europameister. Dieser Erfolg war eine mega Überraschung und paar Wochen vor der Europameisterschaft undenkbar. Nicht weil Dänemark keine gute Mannschaft ist, sondern weil sie sich ursprünglich nicht für das Turnier qualifiziert hatten. Denn eigentlich hätte Jugoslawien an dem Turnier teilnehmen sollen. Diese wurde aufgrund des Jugoslawien-Krieges von der Europameisterschaft ausgeschlossen, weshalb Dänemark nachrücken durfte. Uruguay und die erschlichenen Sterne Die uruguayische Fußball-Nationalmannschaft wurde nur zweimal 1930 und 1950 Fußball-Weltmeister, hat aber dennoch vier Sterne auf dem Trikot. Die zwei weiteren Sterne stehen dabei nicht für eine FIFA-organisierte Fußball-Weltmeisterschaft, sondern für den Gewinn der Fußball-Kategorie bei den Olympischen Spielen 1924 und 1928. An diesen beiden Ausgaben durften erstmals Profispiele antreten, weshalb diese lang als offizielle Fußball-Weltturniere galten. Ebene 2 Willi Fick Willi Fick war ein am 17. Februar 1891 in Hamburg geborener linker Halbstürmer und spielte von 1908 bis 1913 bei Holstein Kiel. Dort galt Fick als ein echt talentierter Fußballspieler und gewann mit den Störchen 1912 die deutsche Meisterschaft. Sein Debüt für die deutsche Fußball-Nationalelf machte Fick im April 1910 mit 19 Jahren gegen die Niederlande und machte dort sein erstes und letztes Länderspiel-Tor für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Neben seiner Karriere als Spieler wollte Fick eine Ausbildung ins Polizist starten, aber bevor er diese überhaupt beginnen konnte, starb der Hamburger am 5. September 1913 mit 22 Jahren an einer Tuberkulose-Krankheit. Robert Everly Der Schotte Robert Everly ging als der erste dokumentierte Fußballspieler in die Geschichte ein, der während eines Fußballspiels verstarb. Am 22. August 1874 stand er für den FC Star of Leaven gegen den Lily Club of Renton auf dem Platz. Während des Spiels erhielt er einen Tritt in den Bauch und verstarb auf dem Feld an einem gebrochenen Magen. Zu diesem Zeitpunkt war Robert gerade einmal 19 Jahre alt gewesen. Die Helden von Bern waren gedopt. Das Wunder von Bern gilt als einer der historischsten Momente in der deutschen Fußballgeschichte. Vor allem durch das legendäre Tor von Helmut Rahn zum 2 zu 3. Allerdings, so schön die Story auch ist, gibt es um das Wunder von Bern 1954 Gerüchte, dass die deutschen Spieler möglicherweise gedopt waren. Es wurde behauptet, dass Spritzen in der deutschen Kabine gesichtet und gefunden wurden, die dies belegen könnten. Zudem erkrankten mehrere Spieler in Gelbsucht und Leberschäden, was auf eine mögliche gemeinsame Nutzung einer infizierten Spritze in der Kabine hindeutete. Der DFB, der 1953 den Einsatz von Aufpustmittel verboten hatte, versuchte Beweise und Indizien zu vertuschen, erkrankte Spieler zu verheimlichen und absichtlich Fehldiagnosen zu stellen, um Rückschlüsse auf mögliches Doping zu verhindern. Bis heute ist nicht vollständig geklärt, was damals in der Kabine wirklich vorgefallen ist. Laut Untersuchungen der Uni Leipzig sollen die Helden von Bern das Aufpustmittel Pervetin, also heute bekannt als Methamphetamin, also MEV, erhalten haben. Jorge Campos Der ehemalige mexikanische Fußballspieler Jorge Campos Navarrete zeichnete sich durch seine einzigartige Vielseitigkeit aus, indem er sowohl als Stürmer als auch als Torhüter eingesetzt worden ist. So schoss er im Laufe seiner Karriere 38 Tore. Trotz seiner geringen Körpergröße von 168 cm zeigte er stets gute Strafraumbeherrschung und hervorragende Reflexe. Bekannt wurde Campos auch durch seine auffällige, extrem bunte Spielkleidung in den 1990er Jahren, die er teilweise selbst designte. AC Perugia 2002 und 2003 Der AC Perugia ist ein italienischer Traditionsverein, der zwischen 2002 und 2003 regelmäßig für die weirdesten, komischsten Dinge in den Schlagzeilen stand. 2003 verpflichtete der Verein Assad al-Ghadafi den Sohn des libyschen Staatspräsidenten, der jedoch aufgrund eines positiven Doping-Tests suspendiert wurde. Im gleichen Jahr holte Perugia den ehemaligen kanadischen Leichtathleten Ben Johnson als Koordinationstrainer, der wegen mehrfachem Dopingvergehen lebenslang gesperrt war. Der Verein plante auch als erster Herrenfußballverein weibliche Spieler einzusetzen. Bekannte Spielerinnen wie Victoria Svensson, Hannah Jünberg und Birgit Prinz bekamen Millionen Verträge von Perugia angeboten, diese lehnten sie ab. Nach dem Golden Goal von Südkoreaner Ahn Jung-Han im 8. Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2002, das Italien ausschaltete, verweigerte der Klubpräsident von Perugia, Luciano Gauci, die Zahlung des Gehaltes des Spielers, der Zitat, den italienischen Fußball ruiniert hatte. Fun Fact, 1979 verlor AC Perugia kein einziges Spiel in der ersten italienischen Liga und wurde trotzdem nicht Meister. Charlie Oatway Charlie Oatway ist ein ehemaliger englischer Fußballspieler, der bei Vereinen wie Cardiff City, Torquay United, FC Brentford und Brighton & Hof Albion als Mittelfeldspieler eingesetzt wurde. Sein tatsächlicher Name lautet aber nicht Charlie, sondern Anthony, Phillip, David, Terry, Frank, Donald, Stanley, Gary, Gordon, Stephen, James, Oatway. Hinter dieser ungewöhnlichen hohen Anzahl von Vornamen verbirgt sich die Tatsache, dass seine Eltern Anhänger der Creampark Rangers waren und ihren Sohn in der Folge mit dem Namen der vollständigen ersten Mannschaft von QPR aus dem Jahr 1973 ausstatteten. Der Rufname Charlie entstand durch die Tante, die sagte, er sehe wie ein richtiger Charlie aus. Juiz Fontaine Juiz Fontaine war ein französischer Fußballspieler, der dieses Jahr im Alter von 89 Jahren in Toulouse verstarb. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1958 schoss Juiz Fontaine insgesamt 13 Tore, womit er den Rekord mit den meisten Toren bei einer einzigen WM aufstellte. Die WM 1958 war auch die einzige WM, an die er berufen wurde. AC Florenz Auswärtstrikot 1992 Das Auswärtstrikot der Fiorentine aus der Saison 1992-93 ist aufgrund eines umstrittenen Details eines der kontroversesten Trikots in der Fußballgeschichte. Obwohl das 7-Up-gesponsorte Shirt oberflächlich betrachtet harmlos wirkt, entdeckte man bei genaueren Hinsehen mehrere Hakenkreuze im auffälligen violetten Muster. Die Ligen trugen das Trikot in vier Spielen, bis die kritischen Muster erkannt wurden. Danach wurden alle Trikots verbannt und die Exemplare, die verschont blieben, haben heute einen erheblichen Sammlerwert. Rangers vs. Sporting 1971 Am 3. November 1971, im 8. Finale des Europapokals der Pokalsieger, trafen die Rangers und Sporting in Lissabon aufeinander. Nach der Verlängerung stand es 4-3 für Sporting, was zu einem Gesamtergebnis von 6-6 führte. Im Elfmeterschießen versagten alle Rangers-Schützen und Sporting gewann 3-0. In den nächsten Runden wurden Vereine wie der FC Turin, FC Bayern München und im Finale Dynamo Moskau besiegt und die Rangers gewannen den Europapokal. Aber wie soll das gehen, wenn sie im 8. Finale im Elfmeterschießen ausgeschieden sind? Tatsächlich sind sie gar nicht ausgeschieden. Die Rangers erzielten mehr Auswärtstore, was der Unparteiische nicht bemerkt hatte. Er war mit der Auswärtstorregelung überfordert, war zu einem unnötigen Elfmeterschießen und wurde später von einem FIFA-Offiziellen aufgeklärt. Am Ende kam nicht Sporting, sondern die Rangers weiter. Heidelberg in der Bundesliga Die baden-württembergische Stadt Heidelberg hat eine Einwohnerzahl von 161.000 Einwohnern gehört zu den Top 50 größten Städten in Deutschland. Trotz der Tatsache haben wir Zeit der Einführung der Bundesliga noch nie einen Verein aus Heidelberg in der ersten Bundesliga gesehen. Dies hätte vor ca. 17, 18 Jahren geändert werden können. Der SAP-Gründer und Milliardär Dietmar Hopp machte 2005 den Vorschlag, einen Verein in Heidelberg entstehen zu lassen und diesen in die Bundesliga zu bringen. Der Plan war es, die TSG 1899 Hoffenheim, der SV Sandhausen und der FC Astoria Waldorf sich zusammenzutun, um sich zum FC Kofalz Heidelberg zu fusionieren. Obwohl diese Fusion vom DFB genehmigt wurde, schaltete die Entstehung des Vereins an die Proteste der Sandhausener und Waldorfer Fans. Ebene 3 Sebastian Aproi Sebastian Aproi, vollsteiger Name Washington Sebastian Aproi Gallo, ist ein uruguayischer Fußballspieler und gewann 2011 die Copa America. El Loco, zu deutsch der Verrückte, hält den Rekord für die meisten Karrierestationen eines Fußballspielers. Bislang stand er bei 32 verschiedenen Vereinen unter Vertrag. Die bekanntesten Stationen unter diesen waren Deportivo La Caruña, River Plate, Real Sociedad und Botafogo. Rudi Gutendorf Rudolf Rudi Gutendorf war ein deutscher Fußballspieler und Trainer, der am 13. September 2019 im Alter von 93 Jahren verstarb. Er war als Rudi Rastos bekannt, weil er von 1946 bis 2003 bei 55 verschiedenen Teams auf der Trainerbank saß. Dies schaffte vor und nachhin niemand, weshalb er sogar im Guinness Buch der Weltrekorde vermerkt ist. Der Bangkok Football Club, früher bekannt als Bangkok Bravo AFC, ist ein thailändischer Fußballverein, der sich aktuell in der dritten Spielklasse des Landes befindet. Der Verein wurde 1999 gegründet und spielte bis 2007 in der Tay Division 1 League, die zweite Liga Thailands. In dem Bemühen, die Aufmerksamkeit der Medien zu erregen, tauft der Besitzer des Vereins ihn folgendermaßen. Vereinsnamen hinzufügen, ich wiederhole es nicht nochmal. Man fügt den originalen Namen der thailändischen Hauptstadt Bangkok hinzu und man erhält mit 186 Buchstaben und 27 Wörtern den längsten Vereinsnamen aller Zeiten. Ja, da guckt Nackbreder. Obi-Wan Kenobis Urenkel Nester Pierre Guinness Walker ist ein 24-jähriger Linksverteidiger, der aktuell beim englischen Drittligisten FC Reading unter Vertrag steht. In der Jugend spielte er bei bekannten Vereinen wie Tottenham und Chelsea und landete 2019 bei AFC Wimbledon. Er ist der Enkel des Schauspielers Matthew Guinness und der Urenkel des Schauspielers Sir Alec Guinness, der in Star Wars Episode 4 Obi-Wan Kenobi, also in alten Bänden, gespielt hat. Personen, die am häufigsten Weltmeister wurde. Wenn ich euch frage, welche Person am häufigsten die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer gewann, dann wäre eure Antwort sicherlich Pelé, der diese Trophäe dreimal in den Händen halten konnte. Allerdings ist diese nicht ganz richtig. König Pelé ist zwar der Spieler mit den meisten gewonnenen Weltmeisterschaften, aber nicht der mit den meisten gewonnenen Weltmeisterschaften. Denn dieser ist Pelés ehemaliger brasilianischer Teamkollege und Mentor Mario Sagallo. Er wurde mit Brasilien insgesamt viermal Weltmeister. 1958 und 1962 als Spieler, 1970 als Trainer und 1994 als Co-Trainer. 1998 hätte er fast sogar den fünften Weltmeistertitel geholt, scheiterte aber jedoch am Frankreich im Finale. Maradonas Daumen deutet Argentiniens dritten WM-Titel. Nach dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko, den zweiten Titel für Argentinien, Diego Amano Maradona als Mannschaftskapitän im begehrten Pokal in die Höhe. Ein Bild zeigt dabei seinen Daumen an der linken Hand, der zufällig auf eine ganz bestimmte und sehr verdächtige Flagge im Hintergrund deute. Diese Flagge gehört dem Golfstaat Katar, dem Ort, an dem Lionel Messi als Mannschaftskapitän den dritten Weltmeistertitel für Argentinien holte. 149 zu 0 Ein Fußballspiel mit einem zweistelligen Ergebnis ist schon sehr selten, aber ein dreistelliges Ergebnis klingt nahezu unmöglich. In der Geschichte des Fußballs hat sich dies jedoch nur ein einziges Mal ereignet. Am 31. Oktober 2002 trafen As Adema und SOE Atana Narivo in der ersten Madagassischen Fußballliga aufeinander und lieferten ein historisches Ergebnis. Der amtierende Meister SOE Atana Narivo verlor die Partie mit 149 zu 0, was bis heute als der höchste dokumentierte Siegniederlage in einem Fußballspiel gilt. Die kuriose Niederlage kam zustande, weil SOE das vorletzte Spiel gegen Dumoyna SA gewinnen musste, um die Meisterschaft im letzten Spiel gegen As Adema zu verteidigen. Bei einem 2 zu 1 Vorsprung kurz vor Schluss gab der Schiedsrichter einen für SOE umstrittenen Elfmeter für Dumoyna. Der verwandelte Elfmeter führte zu einem Unentschieden, wodurch As Adema bereits vor dem direkten Duell gegen SOE Atana Narivo neuer Meister wurde. Frustriert über die Schiedsrichterentscheidung erzielte SOE Atana Narivo gegen den neuen Meister nach jedem Anstoß ein Eigentor. Im Schnitt alle 40 Sekunden. So endete das Spiel schließlich mit einem rekordverdächtigen Ergebnis von 149 zu 0. Columbia 86 Columbia 86 war der ursprüngliche Titel für die 13. Fußball-Weltmaßenschaft 1986, die vom 31. Mai bis zum 29. Juni 1986 erstmals in Kolumbien stattfinden sollte. Obwohl Kolumbien als einziger Bewerber den Zuschlag für die WM 1986 erhielt, kam es nie zu einer Weltmaßenschaft in diesem südamerikanischen Land. Die Entscheidung wurde auf den FIFA-Kongress 1974 in Stockholm getroffen. Allerdings erhöhten sich die Anforderungen für das Organisationskomitee der WM. Und wirtschaftliche Schwierigkeiten, der Aufstieg des Drogenbosses Pablo Escobar und interne Konflikte führten zu Skepsis bei der FIFA. Trotz ständiger Besuches beim kolumbischen Präsidenten zeigte sich FIFA-Präsident Joe Havelange misstrauisch. Der DFB-Präsident Hermann Neuberger übermittelte den Kolumbischen Fußballverband einen Forderungskatalog mit einem Ultimatum bis November 1982. Kolumbien konnte die Bedingungen nicht erfüllen und der Staatspräsident verkündete in einer Fernsehansprache im Oktober 1982 die Absage. Brasilien, Kanada, die USA und Mexiko bewarben sich als Ersatzgastgeber und schließlich wurde Mexiko zum zweiten Mal Gastgeber, was zu einer der legendärsten Weltmeisterschaften aller Zeiten wurde. Messi im Atletico-Trikot Ein faszinierendes Bild im Internet zeigt den jungen Lionel Messi im rot-weiß gestreiften Trikot von Atletico Madrid. Obwohl man annehmen könnte, dass dieses Bild von einem kreativen Atletico-Fan bearbeitet wurde, ist es tatsächlich echt. Im Oktober 2009 beteiligte sich Messi an einem Wohltätigkeitsspiel in seiner Heimat Rosario. Anfangs spielte er im Team des damaligen Atletico-Kapitäns Maxi Rodriguez, wechselte jedoch zur Halbzeit in die Mannschaft von Xavi Zennetti. Während des Spiels gelang Messi sogar ein Tor in Atletico-Trikot. Die Einnahmen aus dem Benefizspiel kamen benachteiligten Kindern Argentinien zugute. Kubanische Nationalmannschaft in Bonn Im August 1999 sorgte der Bonner Sportclub für eine kuriose Geschichte. Während seines Urlaubs auf Kuba im Sommer 1998 entdeckte der damalige Geschäftsführer Gerard Dehmann das beeindruckende Schussvermögen und Schusspräzision der kubanischen Fußballspieler. Nach Absprache mit dem Sportministerium des Inselstaates versuchte der Bonner SC, die gesamte kubanische Fußballnationalmannschaft für die Saison 1999-2000 zu verpflichten. Obwohl 15 kubanische Spieler in der ehemaligen deutschen Hauptstadt ankamen, scheiterte das Vorhaben aufgrund von Problemen mit Arbeitsgenehmigungen und Spielberechtigungen. Ebene 4 Bert Trautmann Bernhard Karl Bernd Trautmann war ein deutscher Torhüter, der von 1948 bis 1964 als Spieler und von 1965 bis 1987 als Trainer aktiv war. Trautmann diente im Zweiten Weltkrieg als Fallschirmjäger bei der deutschen Luftwaffe und geriet gegen Ende des Krieges in britische Gefangenschaft. Nach seiner Freilassung im Jahr 1948 unterzeichnete er im Oktober 1949 einen Vertrag als Torhüter bei Manchester City in der damaligen englischen ersten Liga. Die Entscheidung des Klubs, einen ehemaligen deutschen Fallschirmjäger aufzustellen, führte zu Protesten von etwa 2000 Menschen. Trotz anfänglicher Kontroversen gewann Trautmann in England an Beliebtheit und wurde 1956 zum englischen Fußballspieler des Jahres gewählt. Im selben Jahr führte er sein Team ins Finale des englischen Fußballpokals und erlitt in den letzten 15 Minuten eine schwere Verletzung. Er spielte weiter und gewann mit City den FA Cup. Nach dem Spiel wurde bei Trautmann ein Genickbruch diagnostiziert, den er auch überlebte. Bert Trautmann verstarb erst 2013 im Alter von 89 Jahren. Kian Prinz Kian Yossia Prinz war ein vielversprechender 15-jähriger Fußballspieler der Green Park Rangers, der am 18. Mai 2006 in London tragisch ums Leben kam, als er versuchte das Mobbing eines anderen Jungen zu stoppen. Zum 15. Jahrestag seines Todes am 18. Mai 2021 wurde Kian Prinz als Tribut in das FIFA 21 Spiel von EA Sports aufgenommen. Jean-Pierre Adams Jean-Pierre Adams galt in den 1970er Jahren als einer der besten Verteidiger im französischen Fußball. Er spielte für Mannschaften wie Olympique Nîmes, Ogie Zenitza, Paris Saint-Germain und für die französische Fußballnationalmannschaft. Am 17. März 1982, ein Jahr nach seinem Karriereende, ließ sich Adams am Knie operieren. Dabei dosierte der behandelnde Anästhesist das Narkosemittel falsch und Adams erlitt einen Bronchospasmus. Seitdem lag Adams fast 40 Jahre lang im Wachkoma, bis er am 6. September 2021 im Alter von 73 Jahren in diesem verstarb. Zaire WM-Debüt 1974 Zaire, heute als die Demokratische Republik Kongo bekannt, machte bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland sein WM-Debüt als erstes schwarzafrikanisches Land. Die Leoparden verloren alle Spiele, ohne ein Tor zu erzielen, darunter eine bittere 9-0 Niederlage gegen Jugoslawien, die bis heute noch die höchste Niederlage bei einer WM aller Zeiten ist. Ein bizarres Ereignis ereignete sich am letzten WM-Gruppenspiel gegen Brasilien. Als sich die Spieler Rivelinio und Jaricinho auf einen Freistoß vorbereiteten, stürmte plötzlich Zaire-Verteidiger Evempo Lunga aus der Mauer und kickte den Ball einfach weg. Auch wenn diese Szene auf den ersten Blick lustig aussieht, besitzt diese einen dunklen, dunklen Hintergrund. Nach der sehr bitteren Niederlage gegen Jugoslawien bedrohte Zaire-Diktator Mobutu Cecececo die Mannschaft, dass sollten sie im letzten Spiel gegen Brasilien mehr als drei Tore verlieren, würde keiner sein Land und seine Familie je wiedersehen. Aus der Angst vor einem erneuten brasilianischen Treffers versuchte der Verteidiger Leoparden, durch diese Aktion Zeit zu schütten und für Verwirrung zu sorgen. Vereinspräsident stürmt mit Waffe auf den Platz. Ivan Ignatievich Zavidi ist ein russisch-griechischer Unternehmer und Eigentümer des Fußballvereins Pauk Thessaloniki. Als im März 2018 seiner Mannschaft im Traditionsduell gegen AEK Athen ein Tor aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wurde, stürmte er mit einer Waffe am Holster auf den Spielfeld und bedrohte den Schiedsrichter. Daraufhin flüchtete der Unparteiische mit seinen Assistenten in die Kabine. Mehr als zwei Stunden nach Abbruch des Spiels endete der Schiedsrichter seine Meinung und gab das Tor doch. Dies war ein so krasser Skandal, dass daraufhin die griechische Liga für eine kurze Zeit pausiert wurde. Dalkurt FF Dalkurt FF ist ein schwedischer Fußballverein aus der Stadt Uppsala, der 2004 für kurdische Immigranten gegründet wurde und 2018 erstmals in der höchsten Spielklasse Schweden spielte. Am 24. März 2015, als der Verein noch in der dritten Spielklasse aktiv war, entging der Fußballklub mit letzter Minute einer großen Katastrophe. Die Mannschaft hatte Tickets für den German Wingsflug 9525 von Barcelona nach Düsseldorf, der später in den französischen Alpen abstürzte. Kurz vor dem Start entschieden sie sich jedoch, andere Flüge zu nehmen, um eine lange Wartezeit beim Zwischenstoppen in Deutschland zu vermeiden. Andres Escobar Andres Escobar war ein kolumbianischer Verteidiger, der für sein Land an der Fußball-Weltmeisterschaft 1949 in den Vereinigten Staaten teilnahm. In der entscheidenden Gruppenphase am 22. Juni 1994 gegen die USA lenkte Escobar unglücklich eine Flanke ins eigene Tor, was zur Niederlage Kolumbiens und den Ausscheiden aus dem Turnier führte. Nur wenige Tage später, am 2. Juli 1994, wurde Escobar vor einer Bahn Medellin durch sechs Schüsse getötet. Es wird vermutet, dass die kolumbianische Wettspiel-Mafia einen Auftragsmörder beauftragt haben könnte, um Escobar zu ermorden, da sie durch sein Eigentor eine hohe Menge an Geld verloren hatten. La Mia Flug 2933 Im November 2016 erreichte der brasilianische Fußballverein AF Chapecoense das Finale der Copa Südamerikaner, was das erste Finale eines Vereins aus dem Staat Catarina in einem internationalen Wettbewerb gewesen wäre. Voller Euphorie stiegen die Spiele in den La Mia Flug 2933. Am Bord posteten sie noch ein letztes Video, das ihre Vorfreude auf das Spiel zeigte, bevor sie die Reise nach Kolumbien zum Finale Hinspiel gegen Atletico Nacional antraten. Am Donnerstag, den 1. Dezember 2016 in Medellin, stand das Endspiel der Copa Südamerikaner an, was aber nie stattgefunden hat. Auf dem Weg stürzte die Maschine am 28. November 2016 um 22 Uhr Ortzeits in der Nähe der Gemeinde La Union ab. Insgesamt kamen 71 Menschen ums Leben, darunter 19 Spieler von Chapecoense. Nur drei Spieler überlebten den Absturz. El Salvador vs. Honduras 1969 Bei der nordamerikanischen WM-Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko spielte die Nationalmannschaft von El Salvador und Honduras im Juni 1969 um das letzte WM-Ticket. El Salvador gewann die letzte Begegnung und qualifizierte sich erstmals für ein Fußball-Weltturnier. Nach dem Spiel kam es zu Ausschreitungen, die auch Todesopfer mit sich brachten. Am 28. Juli 1969 brachen die Staaten ihre diplomatischen Beziehungen ab und am 14. Juli 1969 erklärte die salvadorianische Regierung den Krieg in Form von Luftangriff auf honduranisches Territorium, auf die der Eimarsch von Bodentruppen folgte. Die honduranische Armee stand kurz vor der Niederlage, bis die Organisation amerikanischer Staaten einschreitete. Sie drohte mit Sanktionen, was dazu führte, dass die Kämpfe am 18. Juli 1969 eingestellt wurden. Insgesamt 2000 Menschenleben kostete der Krieg, der nur 100 Stunden dauerte. Aus diesem Grund wird er des Öfteren auch als 100-Stunden-Krieg oder auch aufgrund der Entstehung als Fußballkrieg bezeichnet. Emiliano Salah Emiliano Raul Salah Taffarel war ein argentinischer Fußballspieler und Stürmer, der in der Saison 2018-19 beim französischen Erstligisten FC Norse spielte. In 19 Spielen der Hinrunde erzielte er beeindruckende 12 Tore und lieferte zwei Torvorlagen. Aufgrund dieser Leistungen wurde der Premier League Club Cardiff City auf Salah aufmerksam und bot eine vereinsinterne Rekordablöse von 17 Millionen Euro an. Das Angebot wurde akzeptiert und Salah wurde am 19. Januar 2019 von Cardiff City vorgestellt. Er sollte dann in den Kader der Mannschaft aufgenommen werden, weshalb er am 21. Januar mit einem kleinen Flugzeug nach Cardiff gebracht werden sollte. Jedoch kam Emiliano Salah nie bei seinem neuen Verein an und verschwand plötzlich spurlos. Das letzte Lebenszeichen des 28-jährigen Argentiniers war eine WhatsApp-Sprachnachricht an seinen Vater, wo er davon erzählte, dass die Maschine, in der er sich gerade befindet, in seine Einzelteile zerfällt und dass er vermutlich gleich sterben wird. Seine letzten Worte, bevor die Maschine in den Ärmelkanal stürzte, ist Papa, ich habe Angst. Am 4. Februar 2019 wurde das Frack des Flugzeugs geortet und am 6. Februar 2019 wurde der Leichnam von Emiliano Salah gefunden und geborgen. Die Leiche des Pilotens wurde bis heute nicht gefunden. Jetzt kommen wir zur tiefsten Ebene, die Ebene 5. Togo nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Die Republik Togo ist ein Staat in Westafrika, in dem Stand 2021 8,5 Millionen Menschen leben. Die Togolesische Fußball-Nationalmannschaft qualifizierte sich bisher nur einmal für eine Fußball-Weltmeisterschaft, schied allerdings 2006 schon in der Vorrunde aus. Obwohl sich die Togolesen danach nie wieder für ein Weltturnier qualifizierten, gerieten sie nach 2006 weiterhin regelmäßig in den Schlagzeilen, jedoch nicht aufgrund sportlicher Leistungen. Am 3. Juni 2007 stürzte ein Hubschrauber in Sierra Leone ab, bei dem 22 Personen starben, darunter Fans der Togolesischen Mannschaft sowie der Sportsminister des Landes, die ein Länderspiel ihrer Mannschaft in Freetown Sierra Leone besuchen wollten. Am 8. Januar 2010, zwei Tage vor dem Start der Afrikanischen Meisterschaften Angola, geriet der Mannschaftsbus des Teams in einen Hinterhalt. Der Bus wurde von mehreren vermummten Personen mit Maschinengewehren gestoppt und beschossen. Zwei Personen starben und zwei Spieler wurden verletzt. Im September 2010 sorgte ein Fall von Spielmanipulationen für Schlagzeilen, bei dem eine gefälschte togolische Nationalmannschaft ein Länderspiel gegen die echte Nationalmannschaft Bahreins bestritt. Das Spiel endete mit einer 3 zu 0 Niederlage für den westafrikanischen Start. Es wurde während des Spiels jedoch offensichtlich, dass die gegnerischen Nationalspieler sehr unerfahren wirkten und nicht die Fitness von Profis hatten. Tatsächlich handelte es sich nicht um die Nationalelf Turgos, sondern um eine Mannschaft aus unbekannten Spielern, die sich fälschlicherweise als Nationalmannschaft des Landes ausgaben. Bruno Sosa Bruno Fernandes de Sosa ist ein brasilianischer Fußballtorwart, der aktuell bei Atletico Carioca unter Vertrag steht. Im Juli 2010 wurde er vom brasilianischen Fußballclub CR Flamengo suspendiert, nachdem dieser sich der Polizei stellte, die gegen ihn wegen Mordes an seiner vermissten Ex-Frau ermittelte. Im März 2013 bestätigte Bruno vor Gericht, dass seine ehemalige Geliebte ermordet worden sei. Am 8. März befand ihn das Schwurgericht in Minas Gerais schuldig, die Ermordung von Elisa Sumugio in Auftrag gegeben zu haben. Er wurde zu einer Haftstrafe von 22 Jahren und drei Monaten verurteilt. Javier Flores Javier Flores ist ein ehemaliger kolumbianischer Fußballprofispieler, der im Jahr 2009 aufgrund eines tragischen Vorfalls festgenommen wurde. Nachdem seine Mannschaft Atletico Junior im Juli 2009 ein wichtiges Spiel gegen Wons Caldez verloren hatte, geriet er mit Fans aneinander. Aufgrund der Niederlage beschimpften ihn die Fans, woraufhin Flores aus seinem Auto ausstieg und auf die Gruppe schoss. Bei dem Vorfall wurde der 27-jährige Elektriker und Fußballfan Israel Campillo tödlich von zwei Kugeln getroffen. Sambias Flugzeugabsturz 1993 Der Flugumfall der DHC Boafelo AF 319 der sambischen Luftschreitkräfte eignete sich am späten Abend des 27. April 1993. Die Militärmaschine stürzte kurz nach dem Auftanken in Libreville, der Hauptstadt Gabuns, in den Atlantischen Ozean. An Bord des Flugzeugs befanden sich unter anderem 18 Spieler der sambischen Fußballnationalmannschaft, die auf dem Weg zu einem Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel in Senegal waren. Keiner der insgesamt 30 Flugzeuginsassen überlebte den Flugunfall. In einer tragischen Ironie qualifiziert sich die sambische Fußballnationalmannschaft 19 Jahre nach dem Unglück für den Afrika Cup of Nations 2012 in Gabun und Äquatorial Guinea. Sambia spielte ein herausragendes Turnier und wurde überrascht in 2012 erstmals afrikanischer Fußballmeister. Das Finale und der Sieg wurden ausgerechnet in Libreville gefeiert, dem Ort, an dem sich das Flugzeugunglück von 1993 ereignete. Angel of Death Video Abdurrahman Ash Ashashayibi ist ein ehemaliger saudi-arabischer Fußballspieler, der zuletzt für den Haya-Club spielte. Am 20. Oktober 2005 brach Abdurrahman in einem Fußballspiel zwischen Al-Raed und Haya nach einem Tritt in den Nacken zusammen und hatte einen dramatischen Anfall vor laufender Kameras. Dies wurde später als urbane Legende für einen YouTube-Clip berühmt, der anscheinend zeigt, dass der Spieler von einem Angel of Death, also Engels Todes, besessen war. Einige haben behauptet, dass er sogar vor Ort gestorben sei. Dies ist jedoch falsch. Nach einer Woche wurde er wieder aus dem Krankenhaus entlassen und spielte wieder für Haya und erzielte sogar ein Tor. Die Ursachen für den Vorfall war ein eleptischer Anfall, ausgelöst durch den Tritt in den Nacken. Justin Faschanu Justin Faschanu war ein englischer Fußballspieler, der 1990 als erster aktiver Profi in England öffentlich sein Coming-out machte. Trotz seines mutigen Schritts sah er sich mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert, was letztendlich zu seinem Rückzug aus dem Profifußball führte. In dem Versuch, seine Homosexualität zu unterdrücken, schloss er sich einer christlichen Sekte an, jedoch ohne Erfolg. Sein Leben endete tragisch, als er sich am 2. Mai 1998 im Alter von 37 Jahren in seiner Garage erhängte. Luciano Receconi Luciano Receconi war ein italienischer Fußballspieler, der hauptsächlich für Lazio Rom in der Serie A aktiv war. Er absolvierte über 100 Pflichtspiele für die blau-weißen Hauptstädter und trug maßgeblich dazu bei, dass Lazio Rom in der Saison 1973-74 seine erste italienische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte gewann. Aufgrund seiner Leistung erhielt er den Spitznamen König Receconi und war äußerst beliebt bei den Lazio-Fans. Luciano wurde als freundliche, hilfsbereite und humorvolle Person beschrieben. In der italienischen Hauptstadt Rom war er für seinen Sinn für Humor und seine verrückten Streiche bekannt, die in der Regel harmlos endeten. Allerdings nahm ein Scherz, ein Streich, am 18. Januar 1977 eine tragische Wendung. An diesem Tag betrat Luciano Receconi zusammen mit zwei Freunden einen Juwelierladen und rief scherzhaft, dies ist ein Überfall. Der Besitzer, der ihn nicht kannte und zuvor bereits zweimal Opfer von Raubüberfällen geworden war, erschoss den 28-jährigen Fußballspieler, dessen letzte Worte es waren, es war nur ein Scherz. Gate 12 Am 23. Juni 1968 erschütterte eine Tragödie das El Monumental Stadium nach einem 0 zu 0 zwischen den Rivalen River Plate und den Boca Juniors. Am Ausgangstor 12 kamen 71 Fans ums Leben, während 150 weitere verletzt wurden. Die Katastrophe war der schlimmste Vorfall in der Geschichte des argentinischen Fußballs. Die Mehrheit der Toten waren Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 18 bis 20 Jahren. Die Ursachen für die Tragödie sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Es gibt unterschiedliche Behauptungen und Spekulationen. Einige sagen, dass ein Ansturm eigener Fans in den unteren Reihen ausgelöst wurde, nachdem Boca Junior Fans brennende River Flaggen aus den oberen Reihen geworfen hatte. Andere behaupten, dass River Fans eine Massenpanik verursacht hatten, indem sie in den Boca Fan Bereich eindrangen. Wieder andere sagen, dass Tor Nummer 12 verschlossen wurde. Ghazi Stadium Das Ghazi Stadium im Osten von Kabul, der Hauptstadt Afghanistans gelegen, feiert im Jahr 2023 sein 100-jähriges Bestehen. Errichtet wurde es 1923 während der Herrschaft vom König Amanullah Khan. Die Geschichte des Stadions ist vielseitig. Im Januar 1941 fand hier das erste Fußball-Länderspiel gegen den Iran statt und 1968 gab der amerikanische Musiker Duke Ellington ein denkwürdiges Konzert. Heutzutage dient das Ghazi Stadium weiterhin als Ausdauungsort für Sportveranstaltungen und Konzerte. Nach einer Renovierung im Jahr 2011 können rund 25.000 Menschen hier Spiele der afghanischen Liga und der afghanischen Fußball-Nationalmannschaft erfolgen und ihre Teams supporten. Allerdings hat das Stadion auch eine düstere Vergangenheit. In den späten 1990er Jahren wurde es von der Taliban-Regierung nicht nur für Sport, sondern auch für grausame öffentliche Hinrichtungen genutzt. Schaulustige konnten Platz nehmen und zugucken, wie Menschen, vor allem Frauen, brutal gefoltert, gesteinigt und erschossen wurden. Alexander Villaplan Alexander Villaplan war bis Mitte der 1930er Jahre ein algerisch-französischer Fußballspieler und wurde als Spielmacher vom Weltklasse gefeiert. Seine herausragenden Leistungen auf dem Spielfeld machten ihn zu einer der talentiertesten Spieler seiner Generation. Bereits 1926 wurde er erstmals für die französische Fußball-Nationalmannschaft berufen und nahm 1928 an den Olympischen Spielen teil. In der Fußballgeschichte von Frankreich markierte Villaplan 1930 einen Meilenstein, als er als erster Kapitän die Mannschaft zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Uruguay führte. Trotz seiner herausragenden Leistungen auf dem Platz geriet er häufig außerhalb des Spielfelds in Schwierigkeiten. Nach einer kurzen Karriere als Pferderennfahrer wurde Villaplan 1934 in einem Pferderennen-Manipulationsskandal verwickelt und musste ins Gefängnis. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges beteiligte er sich an der Erpressung der jüdischen Bevölkerung und arbeitete dann später mit den Nationalsozialisten zusammen. Unter den Spitznamen SS-Mormat stieg Villaplan bei den Nazis auf. Er tauschte seine Kapitänsbände der französischen Nationalmannschaft gegen die der Nationalsozialisten und erhielt 1944 den Rang eines SS-Untersturmführers. Er übernahm das Kommando über eine eigene Brigade und war maßgeblich an Erpressung, Auslieferung und Morden von Juden und Widerstandskämpfern in Norden Afrikas beteiligt. Seine grausamen Taten, darunter das Verbrennen von zwei Bauern, um sich anschließend über deren Leid zu amüsieren, das Erschießen von Widerstandskämpfern, um sich an deren Leichen zu begehen, sowie viele weiteren unmenschlichen Dinge führten zu seiner Verurteilung wegen Vaterlandsverrat und Mordes am 1. Dezember 1944. Am 27. Dezember desselben Jahres wurde Alexander Villaplan durch ein Erschießungskommando hingerichtet. Und das war er, der gesamte Eisberg über die dunkelsten Kapitel des Fußballs. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und je nachdem, wie das Format bei euch ankommt, gibt es eventuell noch einen zweiten Teil. Denn über Lutz Eigendorf, den Port Said Massaker oder das Todesspiel von 1942 haben wir doch gar nicht gesprochen. Wenn euch dieses Format gefallen hat und mehr davon sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um keiner meiner Videos zu verpassen. Schreibt mal in die Kommentare, welche dunklen Storys ihr noch über den Fußball kennt, den ich beim nächsten Eisberg mit aufnehmen könnte. Hier ist eine Playlist verlinkt mit einem Eisberg behandelten Themen, über die ich mal ein eigenes Video gemacht habe. Sonst folgt mir auf Instagram, at EureFootball. Das war's für ein Video. Frohe Weihnachten, bis zum nächsten Mal und ciao. Das war's für ein Video.